Herr Doktor, meine Nase juckt. Können Sie mir irgendwie helfen? Ach Harry, der ganze Körper fehlt. Ja, blöd, nicht wahr? Was soll ich nur tun? Hm, kennen Sie dieses Spiel? Dafür braucht man aber Hände. Okay, ich fang an. Tja, da hab ich wohl gewonnen. Na sowas, meine Nase juckt gar nicht mehr. Ich bin geheilt. Ja, das wären dann 100 Euro. Ähm... 100 Euro? Tja!